Hey, hey, hier ist wieder Exido. Immer noch mit einem kaputten Gamepad, aber einer noch funktionierenden Guitar Hero Gitarre. Und mit einem Axel Shirt. Ich liebe Axel Shirts. Yeah. Ach, ey. Und immer noch mit Melonenstückchen. Hier, könnt ihr gucken. Upsa. Haha. Um, um. Ich sollte nicht so weit runter gucken. Ich sollte lieber einfach die Kamera hoch machen. Wie auch immer, wir kommen zum nächsten Lied. Und immer noch mit der Band, die Penispiraten. Ja, ich muss für die ganz viel Werbung machen, denn eigentlich gibt's die Band nicht. Aber egal. Mississippi Queen, scheiße. Vier Sterne gemacht, ey. Da so ist... Wenn ich nicht reden würde, dann würde ich locker fünf schaffen. Bis zu den letzten drei Kapiteln vielleicht bei allen Liedern. Warum habe ich hier eigentlich eine Gabel liegen für meine Melonen, wenn ich so eh per Hand esse? So. Einfach weitermachen. Moment. Ah. Hm. 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 So. Diesmal bereite ich mich vor. Na los. Alle. Alle. Oh, Mann. Jetzt konnte ich's nicht mehr zu Ende lösen. So. Hochschieben. Hochschieben. Hey. Ohne Sonnenbrille geht's irgendwie besser. Nee, doch nicht. Doch. Es geht. Das ist echt ein Lied. Das könnte ich auch... Ah, da kann ich auch nur zustimmen. Ah, scheiße. Mann. Ah, ich krieg's irgendwie nicht mehr. Ich glaub, das werden auch höchstens vier Sterne. Ah, ich hab zu früh Star Power aktiviert. Wieso, wieso weise ich mich nicht selber rechtzeitig drauf hin? Ah. Was war das nur? Ja, School's Out. Das hätte ich jetzt auch gerne. Aber ich muss noch dreieinhalb Wochen. Naja, drei Wochen eigentlich nur noch. Ja. Und jetzt wieder ein ganz einfacher Part, den ich wahrscheinlich auch nicht schaffen werde, gänzlich, ohne Fehler zu spielen. Das kann ich mir gut vorstellen, ey. Naja, aber ich könnte ja auch das Reden sein lassen und dann klappt das schon. Ah. Mann. Scheiße. Ja, jetzt wieder die Strophe. Alles kein Problem. Hoffe ich. Ich weiß gar nicht, worüber ich jetzt noch erzählen soll. Also sing ich. Mist, wieder ein Fehler gemacht. Das ist, ich glaub... Wow. Hätte schlimmer sein können, das Ganze jetzt. Was? Achso. Ich guck grad auf die Uhr und von meiner Aufnahme und hab vergessen, dass die eigentlich ja hintereinander wegläuft gerade. Ich schneid die mir dann zurecht. Ja, ist... Ich weiß auch nicht, was ich noch sagen soll. Außer... Oh, was? Oh, Mann. Oh, ich liebe diese Tapping-Parts. Oder Hammer- und Pull-off-Parts, die... Die noch nicht so schwer sind. Oh, da freu ich mich nachher schon auf, äh... Weasel. Ne, wie... Wie heißen die nochmal? Oh, Mann. Weasel. Genau, Weasel mit, äh... Mein Name ist Jonas. Das wird noch schön. Okay, da versuch ich dann auch wirklich den ganzen Anfang vom Lied durchzukriegen ohne Fehler. So, und jetzt hab ich mir wieder ein Stück Melone verdient, bevor ich sehe, dass ich dann doch keine 5 Sterne hab. Nicht mal annähernd. Ahm. Ha, ich hab sogar meine Gabel benutzt. Hm. Ähm. Was meint ihr, wie viel krieg ich bei Ebay für das Ding hier? Für dieses kaputte Steuerkreuz? Scheiße. 4 Sterne. Ich glaub's nicht. Ey, ganz im Ernst. Ich bin in der Realität besser als das. Viel besser. Also, ich sollte eigentlich nicht reden. Ich sollte lieber FC-Videos machen, in denen ich gar nicht rede. Ha. Vielleicht einen anderen mal. Und dann von Spur the Fire and Flames natürlich. Ha, ha. Ey, Mann. Mit offenem Mund spricht man nicht, Exido. Ja, okay. Also, bis zum nächsten Lied und so.